willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge let's play kirchhoffrens mit mir im torsten und ihr habt sein bildchen gesehen wir wollen die schweine reiter leveln allerdings hatte ich die gesamte woche immer ein problem denn ich wollte mir die 20.000 dunkles nicht reinfahren das hätte mit dem account viel zu lange gedauert aber ich war einmal leicht über 10.000 ich war einmal ganz ganz leicht über 10.000 und das hat mich auch unheimlich geärgert denn ich hätte ganz gerne die 10.000 hier aus dem pass gehabt denn man muss ja exakt 20.000 haben also die 15.000 kann ich jetzt nicht aufnehmen aber die 10.000 kann ich immerhin aufnehmen die konnte ich die ganze zeit nicht aufnehmen weil ich halt immer etwas mehr als 10.000 in meinem lager hatte das hat mich unheimlich gewurmt weil hier gehen ja exakt 20.000 rein und die schweinreiter kosten auch mal eben exakt 20.000 ja vielleicht bei den anderen sachen also bei den anderen rathäusern da ist ist da hat da hast du nie so viel so viel wie eine sache kostet ich kann es kann sein bei den golems obwohl die golems kosten glaube ich auch auf auf level 2 bei rathaus 8 nur 60.000 und es geht schon 80.000 glaube ich in das schwarze lager rein also hier bei sieben ist das wirklich ein drama ist aber nicht so schlimm jetzt habe ich lange genug darauf hingearbeitet und habe immer wieder hocks ausgegeben sondern immer wieder hocks gebaut und habe damit halt angegriffen jetzt kann ich die dinger endlich forschen denn neben den drachen sind die hockrider eine coole ck-truppe hier im rathaus 7 bereich kann ich euch nur empfehlen habe ich meine letzten auch mit gemacht hier in dem clan free to play haben wir auch wieder cool abgeschnitten wieder unser zweiter perfekt war mittlerweile wir sind jetzt glaube ich auch gerade mal so bei 10 10 ich gucke mal gerade wir sind an hier wir sind jetzt schon bei 11 11 ok gestern war noch bei 10 10 wir haben auch ganz ganz unmögliche start- und endzeiten also manchmal mitten in der nacht start und oder mitten in morgen stunden so 34 uhr und haben dann dementsprechend natürlich auch später schluss sehr schick also die laufen schon mal aber die laufen jetzt auch ein bisschen länger drei tage und ein paar minuten und ich muss noch ganz ganz viele elec sachen machen das seht ihr hier da ist da ist das labor ein bisschen zu langsam mal wieder entgegengesetzt dessen was man eigentlich bekommt aber ja klar spiele sind vorbei habt ihr gesehen und sind coole sachen dabei ich nehme mal so ein paar bücher hier allerdings da nehme ich nicht das buch das zauber buch und interessiert mich nicht wirklich und hier nehmen wir die gems hier nehmen wir den trank und hier nehmen wir auch noch mal die gems denn die brauche ich ja irgendwann mal für einen fünften bearbeiter den ich immer noch nicht habe hier in dem dorf aber auch nicht so wirklich gebrauchen kann beziehungsweise in so ein paar minuten jo da kommen meine beiden nächsten box auch auch schon wieder rein also keine schlechte sache hier kommt hier ruhig rein wir haben ein bisschen platz ihr seht drei von 37 sind online 13 platz haben frei hier und oder für challenge oh ja wenn ich den jetzt an der mir den den sie hier der ist ja jetzt in dem in dem clan hier ist er dann bei uns tatsächlich okay früher ging sowas nicht jetzt ist er tatsächlich bei uns auch nicht schlecht und ja es sind natürlich tolle events im moment dabei magischer preis nachlass zwei tage zwei tage zwei tage aber es gibt ja auch ein ding das nur ein tag ein tag 22 also zwei tage aber es gibt eine coole eine coole rune das bauarbeiter gold und ich glaube leichter kann man sich das ding nicht verdienen hier also spielt in jedem fall die spiele wir spielen hier in jedem fall weiter rockrider um das dorf hier endlich fertig zu bekommen ich muss ja noch ein paar mauer machen hoch first click alter falter was habe ich in der clan book auch noch mal drachen ich habe jetzt ein drachen immer mit dabei gehabt weil ich im mck ich will nicht sagen schiss vor drachen habe aber da ist ein drache in der clan book schon immer ganz gut und deswegen nehmen wir den jetzt mal mit hier so hat er wohl klaren bock ich glaube er hat keine klaren bock oder wir nehmen man boge hier ne der hat keine klaren bock der hat keine klaren bock und wir sind da ja schon in der range da ist der king ok ich muss jetzt mal eben überlegen was ich da ablenken muss ich denke mal wir nehmen wir die kanonen die lenken wir da mal ein bisschen ab und dann gehen wir hier mit mit denen hier rein die eine luftabwehr ist das ziemlich weit weg sehe ich gerade und können hier eigentlich jetzt die hocks schicken da hinten ist zwar der king das aber nicht so tragisch jetzt mit dem king hier da teilen sich jetzt auch so ein bisschen meine hocks ihr müsst reingehen hocker oder da ist der halt zauber ok das machen sie auch da haben sie mich gehört aber das ist gar nicht mal so unkritisch hier in der mitte da ist der flächenschaden ok dann haben wir hier noch einen lunen setzen wir dort mal 1 2 3 ich habe ja auch noch einen drachen in der clan burg also ganz so schlimm wird es hier nicht aber meine hocks leute wo seid ihr alle ach jene die fliegen alle durch die gegend bzw kriegen da ganz gut stoff und ich muss jetzt eigentlich ich müsste jetzt eigentlich schon hier unten den den drachen sitzen aber die luftabwehr ist hier noch gar nicht weg und die geht auch nicht weg tolle wurst sehr ärgerlich oder sind doch noch ein paar hocks alles klar ich setze den drachen da mal in der weißen voraussicht dass wir das da weg kriegen ja klappt ja doch irgendwie okay der letzte hock kriegt jetzt noch ein bisschen bisschen stoff doch noch davon vom king aber ich denke die masse macht es jetzt er macht ja nur punktschaden hier den müssen auf jeden fall auf null kriegen und der loot war ja noch mal ganz gut das elex kann ich jetzt ja nicht mehr gebrauchen das dunkle brauchen wir noch wir müssen noch den king ein bisschen level und also mein king muss noch muss noch so ein bisschen gehen und jetzt ist hier auch nichts mehr der base das heißt wir können richtung rathaus gehen wunderbar so das spule ich euch kurz mal auf 100 prozent vor das müsst ihr euch ja nicht immer mit antun so da haben wir den dritten stern drin wunderbar und dann ja wie gesagt das ist also ich fand ich fand sehr ärgerlich könnte mir gerne mal in die kommentare schreiben wie ihr das so haltet ich wollte jetzt unbedingt nicht mit den 10.000 auf die reise gehen wir nehmen auch was anderes hier ich glaube wir nehmen mal wieder hier unsere kobe ist 1 2 3 3 blitz noch dazu drei blitz oder auch was sind da gerade so günstig ach so die zauber sind alle günstiger ich dachte gerade ich müsste jetzt irgendwas spezielles bauen aber so sieht es so sieht es ganz gut aus könnt ihr mir gerne unten reinschreiben ob das auch so ärgerlich ist oder war für euch weiß ich für mich war sehr sehr ärgerlich weil ich die ganze zeit immer über zehn hatte da habe ich gedacht was machst du also greifst einfach mal zu hockradern und so kann ich hier zumindest jetzt auch die anderen belohnung rausholen schnell rausholen bevor es wieder nicht geht also die 15.000 und den rest hier na den kann ich auch schon rausnehmen sollte dann nicht vergessen dass ihr euch die belohnung abholt wurde ja glaube ich heute morgen auch darauf aufmerksam gemacht da können wir den king level dann kann der auf die reise gehen zwölf stunden wir können trotzdem ck machen und haben noch ein paar morgen vor uns nehmen aber jetzt gleich noch mal würde ich sagen ein gegner mit haben wir was vergessen nee wir haben nichts vergessen aber wir können hier schon mal ein event spielen ich überlege jetzt gerade wir haben glaube ich jetzt zu den ersten auch schon hier der hexen geben kann mal gerade checken hier hexen für zwei trainingstränke eine hexe ok dann fordern wir hier mal eine hexe an das mache ich ja nicht auch gottchen das geht nicht es gibt es halt immer ein paar nogos und das sind zwei gems das sind ganz klar zwei gems so was geht denn hier rein eine hexe die braucht zwölf platz und das nehmen wir dazu eine valküre weil küre valkyrie eine valküre hexe valküre muss eigentlich passen 20 platz und dann ziehen wir gleich mal mit der los ich warte eben mal beziehungsweise kann sein dass ich mir die truppen jetzt eben mal selber spenden muss okay freunde wir sind on top wir haben in der klaren wo genau das was gefordert ist komisch wenn ich da jetzt drauf drücke da ist es eine hexe und eine valküre und die nehmen wir mal mit der hat ein bisschen dunkles für uns und ist relativ inaktiv so wir nehmen hier außen schon mal unsere klinie bogies und ich habe ein gut dabei ok hocks in wut sind nie gut dann sind sie nur schneller im tod deswegen nehmen wir glaube ich mal an der stelle hier unsere tanks das wollen wir unsere tanks hier darstellen damit wir den king hier ein bisschen schneller weg kriegen und dann können wir hier schon mit unseren hocks wieder reingehen wir haben noch unseren clean up drachen und auch sicherlich hier etwas für clean up nein hier müssen da reingehen ich setze aber auch mal den halshauber immer genau da wo jetzt nicht gerade so viele hocks hingehen ich bin auch echt ein fuchs heute das klappt ja mal gar nicht gut so war man da oder und vor allen dingen haben wir noch außen die luftabwehren das ist noch mal nicht so nicht so schön vor allem nicht so schön für unseren drachen da sind die hocks noch dabei die eine luftabwehr ist ja schon weg toll tesla auf drei auf 12 2 troll tesla sogar ok die hocks machen das da 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 die warte mal da muss ich jetzt mal eben gucken dass die nach da gehen ok die je nach da und auf welche mauer gehen die da müssen wir jetzt rein ich wollte das dunkle leute ich wollte das du glauben ich wollte dass das dunkle haben muss erst das lager da jetzt weggehen ok aber wir kriegen das dunkle sowieso nicht sehe ich gerade wir kriegen sowieso nicht da ist noch ein minenwerfer nach tolle wurst jetzt haben wir kein tropfen gekriegt 1203 zu 0 ok sehr 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 ärgerlich der drache wird das natürlich nicht schaffen da ganz alleine aber wir haben ein bisschen gold für unsere mauern dazu bekommen ist ja auch ganz gut aber trotzdem sehr ärgerlich ich habe jetzt eben den chef koche hier reingebracht aber ich glaube ich muss ein bisschen schief hier reinbringen denn nur mit dem chef koch bekommen wir keine bowler für das event hier ja das lasse ich mal so stehen aber wir haben den herrenvollen bonus gekriegt 70 prozent 88 dunkles ok das müssen wir noch üben aber wir haben ja jetzt die grünen tutos am start sehr sehr schick und die nehmen auch weiter denn damit werden wir diese events etwas schneller spielen können wunderbar noch mal drei zauber dazu bauen dann geben auch ein bisschen elex aus und ihr habt euch wahrscheinlich schon gewundert warum ich die mauern immer so komisch habe also überall in den ecken habe ich schon mal eine level 7 mauer gepackt das hat einfach den hintergrund dass ich jetzt die hier einfach markieren kann und kann sagen mach mal update und er nimmt die äußeren einfach nicht mehr mit weil die ja schon abgedatet sind das hat so ein bisschen so den charme deswegen mache ich das eigentlich so und da oben die ecke mache ich mir eigentlich jetzt so als erstes mal fertig dann müssen wir hier auch nicht mehr ganz so viel fahren und so da geht noch eine mauer da geht noch eine mauer den rest gucke ich mir gleich mal an wie wir das am geschicktesten machen wie viel müssen wir noch machen mauren mauer 134 ein tag ok oder zwei tage mal gucken minwerfer 800.000 den nehmen wir mit und wir nehmen noch ein kanönchen hermit und den letzten bob lasse ich mir mal frei für ein paar mauer stücke würde ich sagen ich hoffe das hat euch ganz gut gefallen dieses ärgernis hier hinten mit dem labor her ich glaube das hat man nur im rator 7 bereich das hat man dann in keinem anderen bereich mehr aber noch eine info habe ich alles vergessen gold pass abholen bzw den pass abholen clanspiele haben uns abgeholt ich habe es gestern verpeilt ich werde immer noch rot wenn ich das sehe hier ich wusste nicht dass mein live stream von gestern abend von der global community gegen die gml hier angekündigt wurde und auch auf twitter werde ich jetzt heute noch ganz rot also bleibt in jedem fall an diesem ck dran denn heute abend gibt es beim news weiter und ich kann euch sagen da ich mit alexa immer noch da in dem plan bin es weit wird super super spannend das ist also keine einseitige sache der gml sondern die community hält dagegen also seit heute abend wieder am start ich gehe dann nach dem news in den stream rein weil ich den auch selber gucke also als zuschauer und dann sehen wir uns endlich am wochenende wieder bis dahin euer tuto best ich Bis zum nächsten Mal.